Musik Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme des Feed the Beast Projektes. Mit mir dabei ist natürlich wieder der Party. Ja, hallo. Und wir machen hier einfach mal direkt weiter mit unserer Rohstofftour, die wir letztes Mal beendet haben. Wir haben keine anderen Hobbys. Nein. Also es ist natürlich am Anfang echt eine Riesenrohstofftour, bis wir da mal einigermaßen viele Rohstoffe gesammelt haben, würde ich mal sagen, oder? Was? Einigermaßen? Ja, einigermaßen. Ich will da mal nichts zu unserem Eisenvorkommen sagen. Warum, wie viel haben wir da schon? Ich glaube, du hast schon eine zweite Kiste eröffnet, gell? 25 Eisenblöcke. Was? Das ist schon ein bisschen arg viel, oder? Äh, doch eigentlich schon. Okay. LOL, was ist das für ein Rieseneis? Fällt mir das? Ich bin halt wieder zu blöd zu blöd. Jetzt sagt er da Magic. Abflure. Oh, jetzt habe ich dir wieder was in den Kopf gesetzt. Alter. Einfach mal eine Riesenader von mindestens vier Ärzten. Cool. Nee. Mach ich jeden Tag? So. So. Oh lol. Wir können dann wieder weiterziehen. Warum? Äh, hab alles gebrannt. Ja, aber wo willst du weiterziehen? Ich bin schon mitten dabei. Vor allem, wie willst du das alles mitnehmen? Doch, mir wurscht. Oder ob wir jetzt die Rohstofftour weitermachen, dann vielleicht noch ein Lager aufschlagen und dann später vielleicht mit leerem Inventar dort hingehen? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal schnell nach Hause, lernen das Zeug aus und danach kommen wir wieder hierher. Ach du Scheiße. Dann kommst du erst mal zu mir, oder? Warte. Ja, bist du lustig. Warum? Ich muss die ganze Zeit Zeug mitnehmen. Ach so, ja okay, warte. Weil ich hab auch schon wieder das halbe Inventar voll. Soll ich die Öfen da lassen? Ja, ich lass die Öfen da. Ja, auf jeden Fall. Warte kurz. Bin hier gleich fertig. Kann ich die Kohle nämlich auch gleich drin lassen. So. Alter, ich werd hier nie fertig. Ohne Witz. Ohne Witz. So. So, Inventar ist voll. Echt? Ja. Aber nimm nur das Wichtigste mit. Nimm jetzt einfach mal alles mit erstmal. Echt? Würdest du am Anfang... Würdest du echt alles mitnehmen? Ja. Hab ich schon. Also ich hab... Mein Inventar ist voll. Nee, ich würd... Muss ich nur noch... Ich würd echt nicht alles mitnehmen. Ich würd nur das Wichtigste mitnehmen. Uuuhh, ey, ja, Mann. Ich muss alles einräumen, Alter. Ich bin da gar nicht auf den Pilz. Inventory Tweaks ist auch drin. Mein Lieblingsmod. Ja. So. Was? Weil ohne den wird eigentlich gar nix gehen. Muss man einfach sagen. Ich hoffe, dass es jetzt auch aufnimmt und dass Minecraft nicht schon wieder abkackt oder feed a beast. Das wär cool. So wie in V2-Aufnahmen. So wie in V2-Aufnahmen. Ja. Ich weiß. Und jetzt können wir gehen. Ja, jetzt wartet doch. Nein! Ich bin gleich da. Mach mal schneller. Die des Eisen vorkommen, mach ich noch. Schnarrr. Hey, Party, nicht einschlafen. Nö, eh nicht. Nur verrotzt. So, okay. Ich mach mich auf den Weg. Warte ich halt mal. Ich mach mich auf den Weg. Ich hab so'n rumschwirrender Kopf. So. Ich glaub, da müssen wir ja zweimal laufen, oder? So. Hä? Nö. So, ne Kiste. So. Wär vielleicht gut, wenn ich mich in den Waypoint machen würde. Ja. Wär nicht schlecht. Frage 1. Hä, bei dir ist schon voll, oder was? Ja, ich hab alles voll. Okay. Äh, bau die Kisten, äh, bau gleich mal die, äh, die Kisten ab. Und die man dann nämlich auch mit. Ich kann da nix reinsetzen, echt, ohne Witz. Ja, warum, warum machen die denn überhaupt sowas? Weil man überhaupt auch gar nix reinsetzen kann. Ich check das nicht. Was, was soll man da überhaupt reinsetzen können? Ja. Vielleicht, ja, vielleicht irgendwas mit Adventure. Ich hab gedacht, dass man vielleicht irgendwie Waffen oder sowas reintun kann. Probier mal, äh, Fleisch oder sowas. Fleisch? Ja. Nee, geht nicht. Nein! So, dann probier mal Samen. Samen! Na, warte. Na, ich hab mal so ein Barley-Seed. Nee. Oh, egal. Bau die Kiste ab und nimm sie mit. Soll ich die mitnehmen? Ja, für zu Hause. Achso. Ja, aber die brauchen wir hier doch nochmal. Beim nächsten Lager. Ja, gut, komm. Ja, komm. Geht vor, ich weiß nicht, wo wir sind. Ja, einfach hochbuddeln, oder? Ja, für mich ist es wurscht. Ja, komm. Hochbuddeln. No, das ist Eisen. Was? Auf jetzt. Ich geh voraus. Vielleicht nicht schlecht. So. So, 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 das Eisen. So. Es regnet. Ja. Du kannst ja das Eisen voll abbauen. Äh, nö. Ich hab kein Platz mehr im Winter, das ist im zehnten Mal. Achso, dann baue ich ab. Oh, man. Da muss ja auch schnell Cobblestone rumliegen. Weil er nicht mitkommen kann. Egal, der Cobblestone ist egal. Nein, er hat auch Gefühle. Ui. Was? Irgendwann ist das leichte Gefühle, wir kommen an Wasser raus. Weiß nicht, warum. Ja, kommen wir auch. Äh, tun wir doch nicht. Echt nicht, aber grad so wahrscheinlich, oder? Äh, wir sind mitten im Land. Höh, warum? Okay, das backt dann ein bisschen bei mir, die Mindmap. Okay, wir müssen hier lang. Mindmap vor allem. Außer ne Mindmap. Lol, lol. Hast du noch Platz im Inventar? Für den Rubble Tree. Ohne, der ist wurscht. Kommit. Was dann? Kühe. Ach, für die Kühe. Ja, aber lass sie später machen. Okay. Was ist das, rechts? Was rechts, hä? Das ist auch noch Eisen. Hier, was ist das? So, ja, das, äh, äh, ist sozusagen wie Gravel, äh. Alter. Boxen und Kackslein. Na, bist du unter Wasser, hast eh verloren. Ha! Hier, hier wird's auch noch reingehen. Hä, äh, was ist das? Rechts. Oh, lol, da ist ja schon, das sind ja schon die Grundstücke. Ja. War nicht weit weg. So. Ja, wenn wir mal so 50 Meter, äh, von den Grundstücken weg, wenn wir mal in Homepoint gesetzt haben, so cool. Ja, du kannst ja gleich setzen. In richtigen. Da mach ich's auch gleich. Ich mach jetzt erst mal ne Kiste, warte mal. Hast du Holz? Ich hab was. Mach ganz viele, so viele wie du kannst. Eh, schon klar. Soll ich die, soll ich die ganzen Büsche mal setzen? Ja, mach das. Okay. Irgendwo? Ja. Die kann ich hier nicht setzen. Oder müssen die auf Cobblestone sein? Ich glaub, die müssen in der Dunkelheit sein. Echt? Ja. Ähm. Das ist alles so. Äh, ich denke. Guck's aus. Nee, geht auch nicht. Wolltest du vielleicht auf Cleanstone sein? Oder vielleicht unter, unter der Erde? Ach, frag mich nicht. So, ich fang jetzt schon mal ein wenig an mit dem Sortieren. Das fällt uns später, äh, leichter. Juuu! Was ist? Okay, warte. Eisenerz. Eisenerz. Oh, ganz oben kommt die... Warte, wir müssen ne Extrakichte für Erze machen. Ja, ganz oben. Ah, okay. Erz, Erz, Erz. Erz. Was es auch immer ist. Das auch, das auch, das auch. Das auch, das auch, das auch. Das auch, das auch. Das auch, das auch. Das auch, das auch, das auch. Das vielleicht auch. Da tu ich mal das da rein, das da. Ja, das da. Unten kommt Schrottkiste. Ja, gut. Ah, gut. Oh, da liegt noch Eisenerz. Ah, la, 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 la. Ne, Tinohr. Dann wollen wir den Eimer hier. Den Eimer hab ich da... Hab ich gemacht. Ach, stimmt, ja. Ja. Leif bei der Juli. So, jetzt macht uns... Machen, 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 machen. Mach ich mir zum Beispiel. zumindest noch mal ein paar Eisenspitzacken du nicht weiter wenn es fällt weiter wenn es fällt ja okay gut aber wie wie viel macht ein Wasserfleck 1 2 oder Warte da ich mich ja nicht nicht so arg mit der Technik ausgehen kann ich ja darf ich ja oder darf ich ja bestimmt das Haus bauen oder äh ja das kannst du machen also irgendwann alleine mal wenn du mal keine Zeit hast oder so was wir nicht so tun haben nein scheiß Ohrbusch Prozent so geiler Eingang oder was ist geiler Eingang total ach so ich hab auch noch Setzlinge äh woher hast du alle Sepplinge neben ihr die Schicht werden müssen wir leben haben wie viel was Bärenbüsche um mich das ab nun mal weil wir einundvierzig stück haben also bitte da so in der Hand schrott ist das viel ich weiß gar nicht wohin mit dem Schrott ja natürlich ist das viel irgendwie haben wir jetzt eigentlich schon unendlich Essen was ist wenn der groß ist soll man den abbauen oder nein einfach nur einmal mit ähm Linksklick mit der Hand draufschlagen dann baust du den automatisch ab also äntest du sozusagen automatisch ja aber da ist ja nix drauf grad ja noch nicht kommt aber alles noch puh ok wir könnten weitergehen warte alle Ju wie viel machst du alle brauchst du Steaks ich nehm einfach mal mit ich mach mal ein wenig Eisen dann mit für Spitzhacken und sowas soll ich mal kurz gucken wie man den Miner Backpack noch mit baut äh ich hab schon geguckt könnte mir sogar passen ja dann könnte mir passen ich mach einen ich mach einen ich hab die Strings äh na fick dich aber wir haben nicht genug Holz Holz das kann ich ändern so ich hatte die Strings jetzt immer noch ja 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 So. So. Und so. Nehme ich einfach mal das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Was hast du gesagt? Eisen kann man auch nochmal in den Ofen rein, gell? Ja, aber brauchen wir jetzt nur noch nicht eigentlich. Echt? Nochmal ist später. Okay. Dann, wenn wir es nötig haben. Oh, wenn wir es nötig haben. Super. Kommt nicht wieder an der Oberfläche, fahle ich wieder essen. Das ist scheiße, Alter. Alter, wie viel isst du? Alter! Die machen, die machen nur einen halben. Oha. Okay, jetzt schmeiß mir mal alles zu. Zwei Wolle. Warte mal. Zack. Zack. Ich brauch Eisen. Zwei Eisen noch. Wolle. Ich hab noch bestimmt irgendwo noch Wolle gehabt. Ja, zwei Eisen. Nee, ich hab Wolle. Wolle reicht, jetzt brauch ich noch ne Kiste. Okay, das musst du selber kraften. Nee, ich hab kein Holz. Ich hab sie grad zugeworfen. Nein. Natürlich. Nein. Ich hab sein Inventar. Nein. Doch. Ich hab kein Holz. Oh lol, jetzt hab ich Holz. Lol, das war leck. Aber wie? Musst mal gucken in der Aufnahme, da siehst du nämlich nix. So. So. So und so. So und so. Alter, wenn das jetzt auch nicht geht. Ohne Witz. Miners Backpack. So. Könnt ich jetzt da Eisen rein? Ja, da kann ich Eisen rein. Da kann ich aber kein Holz rein. Ja, weil's nix mit Mine zu tun hat. Könnt ich dann auch sowas rein? Ah, okay. Dann kann ich die ganzen Sachen dann da rein tun. Okay, okay, okay. Verstehe. Äh, wir machen einfach mal hier so Grubelküste. Dann nehm ich die jetzt mit, okay? Ja, warte mal, ich muss noch kurz weg meine Hunde kläffen. Okay, dann machen wir kurz hier nen kleinen Cut. Bis gleich. Ja, und damit willkommen hier zu... Rück nach diesem Cut. Paddy hat seine Hunde... Beruhigt. Beruhig gestellt. Wir gehen weiter, oder? Äh, will schon sagen. Warte, ich mach noch ein bisschen Eisen mit. Okay, okay, okay. Los geht's. Äh, ich hätte noch fünf... Sticks, das ist schon auch ein bisschen wenig, oder? Äh... Jetzt hab ich 13. Was guckst? Was guck ich? So, okay. Ja, cool. Los geht's, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also, wir sind immer noch am gleichen Tag. Wo wir... ... das davor aufgenommen haben. Oh, nie, weiß es. Hä, hä. So, irgendwo... Wir sind so bad, guys. Irgendwo da hinten war es die Mine. Da ist ein Zombie. Einfach mal ausgewichen. So, ich muss erst mal über das Wasser rein. LOL, Achtung, 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 Achtung. Was denn? Hier. Ich nicht. Okay, soll man den Rabo-Push mitnehmen, oder auch wieder erst beim Rückzug? Rück... Dings. Äh, nehmen wir jetzt mit. Okay, dann guck ich mal kurz so lang, wenn mich ein Test angeschrieben hat. Oh ja, tu das. Jumper mit irgendwelchen Zahlen. Hä. So. Weiter. Halt, hier geht's rein. Ne, hier geht's nicht rein. Hä? Wo ging's denn rein? Ich weiß, wo's reingeht. Komm her. Irgendwo in der Nähe vom Wasser. Oh, zäh. Hier, 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 hier. Hier, auch da. So. Okay. Ich seh nix. Oh, ich hab dich geboostet. Ach Gott, das Lager an mir, oder noch? Erstmal abladen. Ging's hier eigentlich... Lol, hä, was hast du dabei? Ach du Scheiße. Ja, du hättest alles daheim ablagen können, aber egal. Nö. Halt, wo gehst du hin? Essen hab ich's. Wo gehst du hin? Da hab ich schon alles. Hm, ich hoffe, du hast Essen dabei. Oh, oh. Okay, gut. Da oben war ich auch schon. Wassest du nicht? Hier. Hier. Also, wir bauen jetzt... Oder? Wir bauen jetzt jede Kohle ab, weil wir haben echt wenig Kohle. Ja. Ich hab hier ein paar Spitzhaken dabei. Also, das ist nicht Problem. Nochmal zwölfmal. Das Leuchten, der so glänzt, nicht abbauen. Das ist nur extrem viel Platz. Ja, dafür hab ich doch jetzt mein Mining-Bag. Hast du verständlich so viel Platz? Ja, aber ich komm da nicht dran vorbei. Du weißt, dass wir... Wir haben doch gesagt, dass wir das zum Tauschen verwenden können für den... Afro. Ja, ich komm, sei ruhig. Ja, hm, hm, hm. Was sagst du jetzt? Jetzt sagst du nichts mehr, gell? Wohl. Okay.